Einen wunderschönen guten Hallo meine Nebenblatt von hier auf Youtube und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge TTT Zusammen mit Dallus, Kurze, Kundran, Maru, MaximXLion, Nils, Payne und ner Katze Hallo und Eu Auch an euch Herzens Brau Herzens Traitor Herzens sind mein Traitor Brau Ey ohne Scheiße ich hatte in der vorletzten Hunde Wir haben ihr Gepäck vergessen, wir haben ihr Gepäck vergessen Oh Gott, ihr Gepäck hat den Ferser kaputt gemacht Hallo und Brau Wer ein Tierput machen Wer Troll ist, bitte zum Cockpit, komm wir brauchen einen Troll am Cockpit Ich geh dann Troll Ich bin ein Ober Ich bin ein Elf Aua Die Tür ist arm übrigens Bist du Troll, Herr Payne? Random Limitsch Auf Warum will er durch? Maxi hat die irgendwas, was ist das eigentlich? Mikrowelle Warum hat Maru die durch die Gegend gelaufen? Ich hab ihn geschenkt Hat er ein Geschenk von mir? Payne es hört Ist das in der Ecke? Entschuldigung Ah Gesundheit Hallo komm mal runter, ich hab ein Geschenk für dich Nee Für den nicht Ja Und jetzt haben wir das Geschenk Aber wo bist'n du? Unten Einfach eins runter und dann wo die ganzen Sitze sind Aber woher weißt du wo ich bin? Keine Ahnung wo du bist Aber wieso Wenn ich jetzt eins runter gebe Ich vielleicht ganz hoch Okay Ich hab nur auf die Mikrowelle geschossen Und dann? Ähm Jetzt wo die Sitze sind Nach hinten gehen dann Okay Also warte nochmal Hey Okay Okay Ja Oh oh Du siehst doch weiterlaufen Ja die Mikrowelle Hab ich nicht? Ja ich Kapuze hat die Kapuze 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 Ich werde angeschossen von Kuntran Die da drinnen ballern rum Was machen wir jetzt mal rum? Kuntran ist straight talking Du darfst ja das ausfalten Und du ziehst die Vertikel auf mich Was war das eigentlich Payne? Das muss mir bei einer erklären Das muss ich aber weg Ich schieß irgendwie eine Stühle auf Payne's Kopf Und dann nimmt einfach keinen Schaden davon Das ist nicht besonders nett Ja weil du halt auf ein Eier nicht in ein pizilliges Teil schießt Was ist denn Quatsch? Hey das war nicht auf mich Okay Was ist denn Quatsch? Die ist übrigens tot Was war auf dich? Naja die neben mir Über mir ist die Tür aufgegangen Aber das war halt über mir Nicht neben mir Ein Quatsch Okay Aber wen hat es dann treffen sollen? Wer auch immer jetzt draußen ist und nicht geschrien hat Boah jemand hat halt den Knips gedrückt Der Kuntran ist bei mir Schieß auf mich Dann schieß ich zurück Und Kuntran ist Respawn Kuntran ist böse Ne Kuntran war Geppler Dann geh ich weg Ich hab das auch wieder gezündet Ja Du hast trotzdem auf mich geschossen Ja das leben wir nicht mehr für Du bist das nicht Bitte Was war das? Dalu hat Nils wieder belebt Und hat Nils im Jakai geschossen Nils und Dalu sind böse Hörst du noch mal? Ja 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 Ah ja Bleh Magician Wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Hallo Was ist denn items? Hier bin ich Andere Seite Oh shit items Warte kurz Spiel stopp Aufstehen lassen Geheimgang Oh Das war die dümmste Aktion die wir gemacht haben Ich geh mal kurz weg Ja Ich geh mal kurz weg Weil ich wirklich die dümmste Aktion nicht jemals gebracht habe Gerade Problem ist ich habe keine Anzahl Also bei mir wird das nicht an Mein Bild wird nicht so komisch Komisch Du behasst es noch Definitiv Fine Hier schießt irgendeine schlägt irgendjemand mit Du bist fertig wieder Ganz wieder Ah das War das finally davon? Ja Kann so eine Wird immer noch da oben rechts drauf? Aber wir haben die mal kaputt gemacht Die Tür Wieder noch da oben? Hör hier die ganze Zeit irgendjemanden irgendwas tun? Aber ich weiß halt nicht was Ja Loh, läuft da oben Da los oben Ja In die Richtung Nicht Vorsicht vor der Tür Da ist noch Das war die Märtyrer War das meine Name? Das war die Märtyrer Ja Hallo Ich wollte dich in der Bärkenpfanne wieder beleben Aber du bist hinter mir gespawnt und dann hast du mich geblockt und dann kam Maru an und dann dachte ich, das Schlauste ist, ich lass dich da stehen und schieße an dir vor. Damit Maru voll verwirrt ist, warum der Date davor steht. Ich war grüßtisch, dass sie das Tod war. Ich dachte, er hat sich den Blick auf das Heitkick geschossen. Ich habe Nils nur als Schild benutzt, solange er keine Waffe hatte. Ach so. Das war mein eigentlicher Plan. Ich dachte, du wolltest das Heitkick wiederbeleben. Ich konnte nicht, weil Kapuze einen Header bekommen hat. Ach so, äh, dann geht's nicht. Ja, du warst Braindead. Deswegen konnte ich dich nicht wiederbeleben. Ach so, du wolltest, äh, du wolltest die zum Heitkick schießen. Dalo, 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 Dalo. Wie wird das? Dalo ist es, Dalo hat Dings gekillt, äh, Pain gekillt. Okay, kümmern wir uns da rum. Dalo, das war von nichts so smart, Pain. Was ist das smart? Ey, wann machst du mich da? Pain ist tot, wer wohnt denn da? Wenn also Rogen gut zu schönes Header gespielt und nicht die beiden, die da in einem Team sind, dann, äh, muss da was dran sein. Dalo, dass man nichts so smart macht. Ist dann da drinnen gefangen jetzt? Das ist einfach eine Tür. Ist das auch mal die Nase. Ich will nicht, wie man da hinkommt. Maxi? Ja? Ja, no, wer kommt denn da? War einfach irgendjemand nach ihm an, aber er ist sogar nur geschwunden? Ja. er kommt die wieder ist doch tot dass ich noch da ist und hätte ich mich töten können und so ich bin inno wenn du dann sagst dass er böse ist dann ist das okay für mich als nils wo ist ich glaube es ist ein böse wenn du nils ist ja rumlaufen ja und der ist gut er hat den talen kill okay das ist okay dennoch bin ich immer mit fleiten aber wo ist er eigentlich getötet hast du nicht aufgepasst ingenieur ich habe nur mitbekommen dass er jemanden erschossen hat aber nicht wehen ja du lebt wieder ja dann muss ich bin hinter dir kapuze ach so wer ist es dann noch ja klar maxi 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 er könnte hochgehen nimmt die leiche mit scheiße das ist so unfair max und blöder nick wieso geht die bären verlehrt nicht auf ich habe sie dreimal gelegt die geht nie auf aber du kannst du wieder auflegen hallo das war keine netzschmerzen ich habe mich auch gewonnen wieso kann ich mich nicht mehr bewegen drehen mich umstehen da nils so alter das war so klein dass ich nicht gesehen habe nils hat 1a spitzleistung wie immer kein nix aua das hat mir getan fucker das kann ich troll werden soll ich dir zeigen wie die bärenfalle funktioniert hallo ja mit ein bisschen pisse auf was habe ich denn überhaupt meinen fucking slogan geklacht das kann ich dir zeigen hier leg ich dir jetzt hier rein als ihm dann geht boah wenn du mit dem random damage eingetroffen hättest der hat sie angezündet die bärenfalle mit geschenken brennt wirklich da los da los kaputze du mörder ich wollte dich nils guck ob wir noch eine andere woche ich hab'n schnall ich hab'n angst zu und was er gerade gerade geflogen ist das disco keine sorge ja das ist ok ja ist der gerade wieder kaputze kaputze so muss man das doch nicht lösen guck mal die harpone die hat einfach die harpone auf uns geworfen der harp unhöflicher dude alter ja das ist nicht nett geräusch von kaputze oder was hier guck mal ich mach dich ich mach dich heile smoke oh das ist ein böser mensch nein ich bin nicht böse oh das ist pain erst mal umbringen 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 ah das maxi auch noch hätte also jetzt sind wir alle langsam da ja ich gebe das mal weg maxi gehen sie was denn nein nein hallo nein 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 hast du dich erschrocken ey da ist maru maxi oder maru was hast du getan wenn du unschuldig bist hallo wo ist eigentlich kaputze warte mal warum ist kaputze eigentlich nicht hä ist der nicht doch der warte der liegt doch da vorne der wird ja kaputze wird bei mir aber im slo war nicht oh gott das ist ein jacal drin da ist ein jacal drin im spawn drauf vorsicht warum ist das ein jacal können wir das erklären warum das ein jacal ist das ist immer noch mal ganz kurz warum ist es ein jacal würde nicht ein traitor zuerst auf jemanden schießen das ist ein ziemlich spezifischer call ne ich weiß ich wollte den anderen inno auf meiner schleiter holen damit er den jacal besiegt ach so weil die inno sowieso so viel angst vor jacalen haben ne ja es ist maru ja und die jacale hm das ist ja schon frech ne ja alles gut alles gut ich bin noch da ja und was ging jetzt hier eigentlich kaputt machen ne oder oh gott da kommt was reingeflogen ja alles gut der brand gewesen er steht immer noch vor der tür da kann man schießen anscheinend ich werde raus gezogen nein nicht raus gezogen werden darf ich linke tür war er gerade am leben zugriff konnte auch verdammt ja warst du dahin geworfen in der smog ich wollte ich mal zu tun als erstes böses man muss doch noch hände im schrank irgendwo ich bin hallo 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 mein das leben nein nein hat er nicht er hat ja beide böse ne nein nein das ding denn schon wieder warum habe ich keine radar punkte ich bin noch weiterhin sehr ja nur respawns geht das nicht ich finde das ding nicht echt nicht ja blöd wo ist denn thomas hin ja ich bin thomas nicht wollte ich auch noch zwei Seiten machen aber das hat nicht gezählt ja thomas sollte hier nicht genutzt werden ja einmal durch das spukzeug jagen ja einmal durch das spukzeug durch am besten auch noch so zwei nebeneinander ja ja ne warum du auf drei schickst du den durch den gang das klingt gut wie viele trader haben wir haben wir drei oder zwei nummer auf jeder etage fällt ja genau auf jeder etage einmal durch ja dann müssen wir uns mal spaß darüber machen okay machen wir jetzt die runde so hier kommt jetzt keiner durch nein nils zurück zurück ich muss troll werden und als troll möchte ich in den skitraum backen oh man oh man ich hab dem freerunner die beste klasse ja auf der map ich bin lieber hier vorne in dem bitte der troll beim cockpit melden so ist gut du hast da sieht man deinen kopf nicht da ich kann jetzt schon kriegen bitte jetzt rein alams weg mich wenn wir ankommen ja oh alams zobachen jetzt geht schon alams ich bin oben alams ich hab die melone gefunden ähm kaputzer du bist nicht du ich weiß du identifierst dich als randtasche aber du bist kein abgepäck alams ich schaff das da darf man keine Tiere reintun ich brauche alams wenn das schon tiere nicht erlaubt sind sind glaubt menschen auch nicht erlaubt wo fliegen wir eigentlich hin heute äh das ist der flug nach ähm ähm nach kiruse amaterras wurde genutzt packen ich glaube das war der nils entweder dann ist es unten weil es war ja wenn er weg sind das war ich das war der nils ja das war der nils eindeutig nils das war jetzt wieder der nils das war ich nicht nils also was du nils 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 Ich hab Nils getötet. Nein. Doch. Maxi? Was gibt's? Lass mich. Aber du musst Dalo töten. Ja, ich warte aber bis die Zeit abläuft. Das ist mein Plan. Moment, der Trailer hat ja auch noch den Job. Er wird mich hier nicht finden. Ich hab ein Radar. Oh, bring ich jetzt raus. Maxi, es ist der Dalo. Das wird jetzt eine Super Mission. Hallo, du weißt, dass ich der Endgegner bin. War der Endgegner gerade ein One-Hit? Ich hab ihn jetzt echt zum Explodieren gebracht. Mit nem Superschaf? Wie hat sich das denn hier manövriert? Oh, wow. Das hat mir keinen Schaden vorgesorgt. 26. Was war denn das mit Nils gerade? Ja, was war denn jetzt? Ich hab den Boom-Buddy gelegen und wollte das Items-Team-Confirmen. Ich wollte es dann tun, als wäre das eine Fake-Life gewesen. Und Nils kommt angerannt und ich dachte, nein, nein, nein. Oh, was ist das denn hier? Bei ihm hättest du ihn fast noch mit umgebracht, Nils. Ich wusste es nicht. Das war wie bei Mario einfach übern Bowser drüber, vor die Brücke und den Tod. So einfach. Oh, Gottes Willen. Ach, die Träume. Ach, die Träume. Geht's in die nächste Runde, oder was? Die Kapuelser hat aber heute die meisten Bärenfallen gecatcht. Ja, Alter, ich fress das ja alle, ja. Bärenfallencatcher, ja. Aber dann hat er... Da finden alle Traps. Traps, ha, Gang. Golden Degel auf McFly. McFly hat ihn umgebracht, bevor Nils schießen konnte. Aber sowas wollen. Ich bin ein Ninja. Ich bin schneller als Mr. Pfeil erlaubt. Richtige Degel auf McFly. Erdman. Scheiße, wurde ich mit der Fahrt Rocket abbekommen? Nein, ich glaube, ich bebe. Ich bebe. Ich bebe. Wem alle? Erdbeben, was geht'n? Ich hab Angst, ich hab das Gift ganz angeschockt. Ich hab Angst, dass ich es... Nein, dass ich angefutscht wurde. Ich hab wohl schon mal angefutscht, der stinkt. Ist er gestorben? Ist er eigentlich gerade in einem texanischen Stand-Off, oder? Was? Ich hab noch ein paar Headcraft gesorgt. Oh Gott. Ist er gestorben? Oh Gott. Da unten ist jemand umgekommen? Das ist aber okay. Nee, umgekommen nicht. Aber da unten war... Da hinten rennen wir weg. Habt ihr's gesehen, wie er abgehauen ist? Äh... Ja, ich will auch von da unten weg. Wieso denn? Wieso denn? Muss nicht, ja. Was ist denn hier unten passiert? Warte, 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 warte. Nein, lass mich hier bei mir. Ich meinte, okay, da würde ich auch wegrennen wollen, aber... Und das war irgendwie wieder raus. Hier. Da kommt aber was anderes an. Warte. Die kann man nicht kurz machen. Die kann man nicht kurz machen. Ich hab sie weggeworfen zu dir. Oh, die auch. Hahahaha. Leg mal hin. Was war das denn für eine Aktion, ey? Kann man nicht kaputt machen? Ja, kann man nicht. Ich hab die gerade zerschossen. Vergiftet das, wenn der die Treppe runter ist. Die Dose geht's leicht. Nimm mal die Dose hier. Wer war das mit klein? Nein! Der ist zu klein, der ist zu klein. Hab da keinen gesehen. Ah, hier. Nee, hier, besser. Okay, warte. Heil gegen. Du musst das dauern. Du musst fast 600. Nee, das ist einer, der runtergerannt ist. Lass dir Zeit mit Heil nicht, dass du gleich nichts mehr hast. Naja, warte. Wir leben doch nur noch schwecken. Hä, kann man nicht mehr runter? Nee, ich hab unten das Gasgras in der Schein. Ich hab die Kleine gefunden hier. Ich hab die Kleine gefunden hier. Bitte? Ich hab Angst. Ich hab Angst vor euch. Oh, mein Gott. Ich hab Angst hier spielen nur mit mir. Weil ich echt nicht sooo, wenn es hier ist. Iiiiiiiiihhhh. Max, ich kann die nicht leichten. Das ist egal, ich kann nicht leichten. Das ist egal, ne. Ich kann die nicht leichten. Ich kann die nicht leichten. Warum kann die nicht leichten? Du musst auch warten, bis es wird alle, weil es ist alle sozusagen. Du musst warten, deswegen solltest du langsam sein. Das ist ja wirklich alle, oder? Wie viel damage macht so ein Giftschaf? Aber ich hab auch 6 Minuten. Du bist ne Schoße schlecht aus. Von Rahn ist Böse. Ich hab dich gerettet. Da kommt der nächste von denen, der will dich jetzt umbringen, ich hab dich. Da sind sie. Wir haben auf mich geworfen. Das müssen Mare und Kundran sein, das geht nicht anders. Warum Kundran sind? Und ich. Und ich. Ich hab die Kapuze erschossen. Er wurde gerade getötet vor allem. Der rennt zurück in den Spawnraum. So ein Headcups, ich hatte voll Angst. Hier, darf ich dich heilen? Oh Mann ey. Und wem kam eigentlich der Schulten dann drauf? Weltfrei. Ich kann den brennenden Magdi heilen. Du machst dann halt auch nix. Oh, das war aber nicht nix. Wir waren ja gar nicht drei Tees. Bestimmt, Kalkäse gibt gar nicht mehr. Kalkäse? Kalkäse? Kalkäse, ich mag Kalkäse. Kabuls hat also die Poison ja benutzt. Ja. Stirb endlich, du Schweine. Das ist eigentlich nicht so gesichert worden. Du wolltest ja sogar seine eigene Tat noch beenden. Ey, das hab ich beschein gemacht. Klar, die Tat war nicht vollendet. Sascha war auch ziemlich im Weg. Wie kommt... Achter, ich dachte grad schon, Dalo wär schon wieder der Erste hier. Hi, Maxi. Ich bin schon unten gewesen, Bubu. Da hast du grad einen dieser erschrocken. Alter, okay, ich hab halt doch. Ich hab doch keinen kommen. Komm her, Alter. Kriegst jetzt nen Einlauf. Ups. Böse. Alter! Was war das denn grad von da hinten? Achter, das ist die Po... Komm! Wir machen die fertig, die Schweine da hinten. Kommt jetzt! Alle schießen, kommt! Ey, ich hab's beim nächsten Tunkel. Ey! Das sind nur die... Nein! Geh schon! Alter, ihr... Kaput! Alter, da hinten, da hinten, der auch noch denn. Ja, weiter! Kaputze, also... Alter, im Sitz, mach mal was! Heißen! Danke! Das glaub ich jetzt nicht. Ich kann ihn doch nicht rumstehen, dass er mir die ganze Zeit die Leute umbringt. Den kannst du auch nicht! Alter! Aber hier steht dann auch... Ja, wir haben nicht geschossen! Nur er hat geschossen! Ja, aber hier steht dann auch so der Nebo macht nix! Ja, was sollen wir denn tun? Guck mal, ob noch Craigs drin sind! Da haben wir doch wieder erwischt! Das ist bitter, Alter! Kann man es dir schon wieder, oder? Da liegt noch einer Treppe runter! Treppe runter! Oh, da stimmt der noch rein! Das ist ein Kick! Das ist doch unheimlich kaputt, ey! Du bist voll das Auto-Tourrette, ey! Ja, dann müssen wir ja mal Pain voten! Das mag er doch so wie alt! Hä? Du bist der letzte, der noch lebt! Moment! Und damit der Jekyll, würd ich sagen! Moment! 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 Ich bin's echt nicht! Hier! Das heißt... Danke Dalu für die Hilfe! Oh, sock! Sorry! Kollege! Sock! Nee! Nicht mit Jakart und Team! Mach ihn fertig! Los! Zeig's ihm! Kommt nochmal wieder! Wir sind schon hier! Brandgranaten! Noch eine! Hier auch noch eine da! Kommt denn wo wieder? Er kann ja nur hier spawnen! Aber auch Zeit! So, jetzt noch ein bisschen verteilen! Nee, Marus ist der Fake-Leike! Nee, sorry! Hä? Ist jetzt gestorben? Ende passiert! Er hat... Items... Dein Fate hat ihn gekillt, weil er mich gekillt hat! Ja! Wir haben Fake geschoben! Aber Maru ist Fake-Leike! Und wie bist du gestorben, McFly? Du bist explodiert! LOL! Wie krass war das denn? Das ist so random! Das war wirklich random! Das war richtig random! Wenn ihr das Ründchen gefallen habt, lasst einen Like da! Schaut mal dann vorbei! Bis dann, macht's gut! Ciao! Ciao!